Hey, mein Name ist Johannes. Ich komme aus der Nähe von Frankfurt. Ich bin taub und kommuniziere zum Beispiel durch die Lautsprache, kann aber auch Gebärdensprache. Seit acht Jahren arbeite ich im Beruf als Kartograf. Dieser Beruf ist gerade visuell hochanspruchsvoll. Es wird gezeichnet, es wird gestaltet, wird auch viel mit Farben gearbeitet, über die man lernt. Es ist der Arbeit eines Mediengestalters sehr ähnlich. Mir macht es sehr viel Spaß. Meine Arbeitskollegen, die sagen, ich würde sehr gut arbeiten, ich würde sehr genau arbeiten, manchmal vielleicht ein bisschen zu genau. Tschüss.